das würde ich mir sofort geben als wenn er warum sagt das denn keiner alter haben wir auf jeden fall hundertprozentige qualität casey rebel x matthia sanduhr noch nie gehört aber die casey macht brutale musik ahmed ein bit thank you die naru ok daniel slottin interessant das ist matthia oder was einfach diese wenn mein warte einfach diese wenn mein vater von früher wenn die bilder gemacht haben fotoshootings wenn die diese dinge gemacht haben diese animationen diese hochzeitsbilder von ganz früher diese im dorf weißt du einfach auch ehefrau ehemann in auto rein und einfach dinge komplett einfach richtig drauf gesitcht dieses ausrasten diese bearbeitung du bist im himmel du bist da du bist am schwebe in wolken aber geil mit uns war es nicht immer leicht boah angenehme stimme nur du warst mein licht in der zeit boah Allah brutal brutal digga brutale stimme ehrlich seh deine schuhe nicht im haus los boah was ist das denn was ne clean stimme digga absolut ich feier das voll digga absolut digga muss man diese frau kennen wala noch nie gehört noch nie gesehen ich kenn die gar nicht aber absolut brutal warte mal ich mach mich mal wieder hoch digga so ok ich bin doch mein kopf ist gefickt von tausend dingen augenringe sowie audi ringe egal ich schlafe sie wird richtig groß rauskommen ja kann sie auf jeden fall mit der stimme du bleibst wach obwohl du müde bist von der morgensonne bis zum candlelight die erste der ich meine hände es erinnert mich ein bisschen an dings an ähm scoot game digga diese treppen und ihren namen mein kalender schreiben baby manchmal kann ich mich selber nicht ertragen aber dafür trage ich dich bis pfff sieht wild aus digga ja chiquita ruf mich an ich heute haben wir schon zweimal chiquita gehört welcher rapper hat heute auch chiquita gesagt mal gucken wer es sich gemerkt hat spuck ich feuer mach inti da krass so künstlerin digga ja kurdo richtig für dich scheiß ich aufs kelly kusch verteile körbe für dich wenn ich muss für dich mach ich sogar elli ups ich muss sagen diese schiene dieser stil passt casey sehr sehr gut digga und so ein feature hätte ich mir jetzt digga hätte ich jetzt nicht erwartet ne hab ich nicht kaum gesehen aber knallt digga das ist genau wie früher wo nemo mit hava keinen schlaf rausgebracht haben und keiner hat damit gerechnet das kam so einfach so aus dem nichts digga und hat richtig geknallt so kann man jetzt damit ungefähr vergleichen du weißt zu viel wo die mach mich hacke müde deshalb bist du da wenn ich mich kacke fühle meine boxershort ist immer glatt brutal brutal wie der die gemacht hat feier ich richtig ich bin da incha la bist du ein hooo digga spuck ich feuer mach inti kam ach heftig 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 mit uns war es nicht immer leicht nur du warst mein heftig heftig ich schreib mich ob jetzt alles greenscreen war vor allem das hier und so ich glaub schon alter absoluter song achmet 100 bits danke digga auf jeden fall absoluter song ich sag euch ehrlich 10 von 10 100% digga sehr sehr schöner song ne auch das feature sehr unerwartet aber hat mir sehr gefallen brutal 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 ok haben wir noch was haben wir noch was chat gibt es noch irgendwas äh oder war es das mit lead of reaction